UNTERTITELUNG Respekt und Ehre nahm mir viele Weggefährten. Wir sind die Feinde fürs Leben! Meine Brüder, Brüder im Schicksal. Tonino Striano, einer der mächtigsten Bosse von Neapel. Eine ganze Menge Leute haben ihn echt gefürchtet. Ah, ein Freund des Strianos. Diese Familie sind Verräter. Hey, hey, aufhören! Ich muss unbedingt einen Job finden. So geht's nicht weiter. Willst du Laufbursche werden für die Kerne? Einer von denen werden? Los, hau ab! Mach schon! Wenn ihr euch benehmt und vor allem, wenn ihr euch von den Strianos diesen Verrätern fernhaltet, da könnt ihr absagen. Gefällt dir das Moped so? Es fliegt gleich los. Es sind jetzt nur noch drei von der Truppe übrig. Wir müssen nur da rausgehen, um alles zu übernehmen. Nur einmal in die Luft geballert und das war's. Die können wir beide locker fertig machen. Don Vito, ich bin hier, weil wir die gleichen Feinde haben. Sie haben Waffen, aber dafür keine Männer. Ich hab Männer genug, aber dafür keine Waffen. Kurznasen mit Fanonen in den Händen. Wie alt bist du? Wenn ich dich noch einmal in unserem Viertel erwische, knall ich dich ab. Ich soll an euch bezahlen? Mit einer Pistole in meinem Haus. Eine Pistole von meinen Kindern! Ich war es мяс bullish mit einem Sahnenbeizkarten. Ich bin hier, aber ich warte, bin ich aufgefallen. Untertitelung des ZDF, 2020